Kegelschnecken gehabt, große, ne? Auch wenn kaputt. Was kostet heute? Die waren, glaub ich, mit 29 Euro. Der hier? Ja. Würde ich gerne mitnehmen. Der frisst auch Algen, ne? Der frisst aber auch andere Seegel und Seesterne. Die da auch Algen? Ja. Der mit der Rote, mit dem Rot. Ne, dann nicht, lieber nicht. Wenn er dabei geht. Und da dann rumknäppert. Ja, ich weiss, die roten, den roten Beinen. Na, dann lass ich was rüber. Lass mich Futter holen. Ja. 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 Ja.